Wochentage Tja, nun können wir bereits zählen, kennen die Farben und es ist an der Zeit, die Namen der Wochentage zu lernen. Wochentage Welcher Tag ist heute? Heute ist сегодня, сегодня, Sonntag, воскресенье, воскресенье, Montag, понедельник, понедельник, Dienstag, вторник, вторник, Mittwoch Sreda Donnerstag Четверг Четверг Freitag Pятница Pятница Samstag Subbota Ich fahre heute, 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 сегодня, сегодня, Komme aber morgen schon zurück, morgen, завтра, завтра, завтра. Wenn es sehr schön wird, bleibe ich bis übermorgen, übermorgen. Paslezavtra Paslezavtra Er hat diese Woche Geburtstag, nicht wahr? Welches Datum haben wir heute? Какое сегодня число? Какое сегодня число? Wann hast du Geburtstag? Когда у тебя день рождения? Когда у тебя день рождения? Danke für die Glückwünsche, aber das war bereits in der vergangenen Woche. На прошлой неделе. На прошлой неделе. Meiner ist erst im kommenden Monat. В следующем месяце. В следующем месяце. Wann kommt ihr? Erst im Januar? Schade. Ich hoffte, es sei noch in diesem Jahr. Dieses Jahr. Wann ist das Jahr? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017